ich weiß nicht mal irgendwann darkroom machen hier so unglaublich ist das du das geht ja gar nicht du so ok hier sieht es besser aus hi willkommen zurück ich hoffe ich hab's rausgekattet juckt mich auch nicht hin ok genau was wollen wir hier eigentlich irgendwas nehmen was ist eigentlich unser plan jetzt hier gerade kann man es noch ordentlich oh ja okay ja also jetzt mal wirklich was wollen wir jetzt gerade machen hier wo soll ich mit dem ding hierhin vor die tür und dann das ding aus man das kann sein warte mal was weißt du wenn ich mehr sehen würde hier drin die musik dazu sagen wie es gibt bis dahinter wo ist das hin wo ist das hin wo ist das hin ok ok gut da wissen wir jetzt was wir machen reicht das schon so guck mal ich denke nicht hin kann man das irgendwie zerstören kann man das irgendwie zerstören kann man das hin komm schon komm schon komm schon komm schon Also vielleicht muss ich das so als manuell einhängen, könnte ich auch sagen. Danke, so. Alles gut. Jetzt wird wahrscheinlich die Tür aufgehen, oder? Okay, aber hier ist noch was, hier ist noch. Run! Rein da, los! Mensch, ich sehe... Ja, okay, das wissen wir schon. Aber jetzt wird es mir erst gesagt, lustiger wird. Ich kann nicht schneiden, ich bin 12, btw. Ich bin 12, btw. Okay. Okay. Ich bin 32, btw. Ich bin 43, 1992 Schirin ist... der Problem. Ist Problem, nicht Solution. Okay, Love against Schirin. No, no, not the one in the Bible. Oh, maybe. Maria, I seem to have gotten lost down here. Could you point me to the nearest exit? Oh, yes. I understand completely. Completely. You really is a maze down here, don't you think? Yeah, very confusing. So, about the exit? Alright. Go past the noisy noises and then straight ahead up the stairs and there you go. Thank you. Just be careful. Don't stray from the path. You are a child of light, Daniel. Much too precious to get lost in the dark. Oh, yeah. Thanks, Maria. Can you let me put it in here? Let me get the pill. Okay. Okay. She just said stay away from the noise or pass the noise straight ahead. Remove your implant. Remove your implant. Mach du doch. Oh. Nanophage was planned. Okay. I could now go up the stairs here. Okay. Aber wir sind ja cool und wollen uns die source of the noise anhören. So eine schlechte Idee. Weiß nicht, wie raus aus dem Basement und gehe natürlich. Will ich das wirklich? Ja. Ja, oder? Ich glaube, gleich nein. fighting, Melissa. Vielen Dank. Okay, irgendwas mit 1 zum Schluss. Shiren eats my dreams. Das ist genauso wie das andere, die andere Tür. Ich weiß nicht, ob man die auch machen kann hier. Warum höre ich das Schwein oder Schweine? What am I doing here exactly? Das ist interessant, weil wenn wir an ein Waschbecken gehen, es scheint ja alle elektrisch irgendwie... Geregt zu sein, dann gehen die aus. Und das Rad ja auch, wenn wir nah an das rangehen. Ist irgendwie interessant. Okay, 4-0-0 irgendwas. Das sind die Fragen, wo man langt müssen. Holy Frame-Einbrüche. What the fuck? Okay, hier geht's raus. Da geht's raus. Das hat gerade übelst was von Peter. Aber übelst was. Silent Hills. Hey, you. Hey, you. Come over here. KPD. State your business. You're will be. In it, mate. That's not why I'm here. It's time to move on. Don't make me get the enchanted membrane, I smell like daffodils on a corpse. Ugly fairies don't make dreams come true, the floor is one dragon that- What?! I'm feeling obnoxious. Relax. It's just a matter of time. Time waits for no man. Time is nothing. What's the problem? I'm losing control. Try not to think about me. You are good. Good at talking out of my hands. Don't leave me. You are my man. This intercom is offline. Please contact the building manager. War das seine Frau? Jetzt die Tür wieder zu. Das sieht auch so geil aus hier mit den Lichtstrahlen ohne Spaß. Holy shit. Das Spiel ist so wunderschön einfach nur. Jumpscare. Neh. Oh, Black. Oh, jetzt sind wir wieder. Define two of the Olmstead Tattoo Department. Genau. Hier geht's wieder auf den... Zum... Two-Shop. Das ist übrigens der Hausmeister. Aber bevor wir dahin gehen will ich erstmal rausfinden... Genau, hier waren wir nämlich schon mal drin, ne? Das war eben bevor ich quasi aufgenommen habe. Ähm, das ist quasi das Büro des Hausmeisters, wenn man so will. die Rezeption. Und der... Am Anfang ist man auch hier quasi auf der anderen Seite haben eben mit dem bisschen gequatscht. Und äh... Da waren wir eigentlich auch schon dran. Die habe ich auch schon gespielt eigentlich. Ja. Okay. Kann man nicht irgendwo nachgucken hier? Warte mal, vielleicht hier in den Dokument. Basement. Was wollte ich gucken? Apartment. 28. 28. Stowage Space 205. Hä, war das hier vor auch schon? Konnte ich hier hoch? Ich glaube das war verschlossen das letzte Mal. Genau, hier hat quasi das Spiel begonnen. Man ist hier reingekommen. Also man hat irgendwie so eine Intro-Sequenz gehabt. Einen Anruf von Adam gekriegt. Dann hat man quasi mit dem Programm geordnet, wo er... Also eine Handy-Ordung quasi, dass er hier von außen angerufen hat. Und dann hat hier quasi das Spiel begonnen. Dann stand hier der roboter am Anfang. Ich habe mir am Anfang sowieso über die Zeit gelassen und mir alles genau angeguckt. So, das hätte ja sowieso ein bisschen lang gedauert. Ähm, so jedes Plakat hier, jedes Dings, weil da über Dings steht, ne? Ich finde es auch lustig, normalerweise sind die eben so. Das heißt eben, sag ich mal, mit normaler Schrift, also großen Kleinschreibung. Und in dem Traum oder in der Vision, was auch immer wir gerade vorhin gemacht haben, wenn wir in diese Leute gehen. Da war das ja alles ein bisschen... ...gefuckt upt, ne? So nach dem Motto... ...alles sind Caps Lock und und... ...bedrohlich und so. Na gut, gehen wir mal zum Hausmeister. Was er so für uns zu sagen hat. Was er so für uns zu sagen hat. Babygirl ist auch noch da. Hallo, Ibims. Ja. 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 Ich weiß nicht, wer das hier riht. Achso. Zum Haftverbrauchle? Das ist dergang,opia!" Ja. Ich will dich weg. Sei gut. Das habe ich noch nicht probiert bei ihm. Hier kann ich jetzt auch rein, das kann ich davon nicht. Oh, okay. Uh... Das war's. Anscheinend krieg ich das noch nicht auf, ich weiß nicht wie. Muss ich hier später nochmal rein, ich weiß es nicht, ich will eben auch nicht verpassen. Also ich hab das letzte mal eben dieses Ding hier abgeschlossen. Ob ich eigentlich mal gucken wollte hier. Aber die hat ja alles, hier Prothesen drin ne. Eine Gehirnprothese, Armprothese ist ja noch das normalste Beinprothese. Wirbelsäulenprothese? Okay, das ist noch das Herzprothese hat er auch, warum auch nicht? Ach, Respiratory Tract, okay, also eine Lungenprothese. Der ist ja komplett, also nicht komplett, aber. Können wir nochmal hier reingucken? Stimmt, hier war ja das Vieh. Oh, ich geh wieder low an. Na Babygirl? Okay. Oh, ich bin leider, ich schweife mal kurz was rein. Das ist noch nicht so schön. Untertitelung des ZDF, 2020